Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ja, völlig ungewohnt, heute ein Video auf einen Samstag. Ich meine, wenn du das jetzt gar nicht auf einem Samstag siehst, dann ist es vielleicht für dich gar nichts Ungewöhnliches. Aber normalerweise erwarten euch ja montags, mittwochs und freitags hier Videos auf meinem Kanal. Momentan immer nur zweimal die Woche, aber ansonsten regulär dreimal die Woche. Also falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest und in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest. Es gibt eigentlich, wie gesagt, drei Videos hier jede Woche immer rund um das Thema Beauty und Make-up und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann immer mit dabei bist. Diese Woche war alles anders. Meine Allergie hat mich komplett ausgenockt und alle Videos, die ich noch hatte, konnte ich nicht schneiden. So, das ging absolut nicht. Deswegen heute, damit ihr diese Woche auf jeden Fall mindestens ein Video bekommen habt, auf einen Samstag. Es gibt neue Drogerie-LE-News und ich habe wieder ein bisschen was für euch zusammengesammelt, was es jetzt so Neues geben wird, beziehungsweise gibt schon. Und es sind wirklich sehr, sehr coole Sachen dabei und ich wünsche euch dabei wie immer ganz viel Spaß. Zu diesem Look hier wird es übrigens auch noch ein Video geben. Das kommt nächste Woche auch direkt online. Ich weiß, dass immer sehr viele direkt danach fragen. Also keine Sorge, es wird ein Video dazu geben. Und zum heutigen Video kann ich sagen, ich habe aus allen möglichen Kategorien etwas für euch gefunden. Auch etwas Ungewöhnlicheres, was ich sonst nicht unbedingt mit in dieser Videoreihe habe. Nämlich nichts aus Pflege und Make-up. Und damit fange ich einfach direkt an, damit wir das schon mal beiseite haben. Und zwar von Profissimo. Das ist die Eigenmarke von DM. Gibt es immer eine Sommer Limited Edition. Da sind dann verschiedenste Produkte enthalten. Und ich habe jetzt einfach mal aus der LE die Produkte herausgesucht, die ich persönlich am interessantesten finde. Und zwar gibt es Trinkhalme aus Glas. Das ist nicht nur im Sommer cool, sondern das ganze Jahr über. Wir haben auch nur noch schon seit Jahren Trinkhalme aus Glas. Ich finde das sehr cool. Und zwar gibt es einmal einen 6er-Pack in Lang. Und dann gibt es auch noch einen 6er-Pack in Kurz. Und ich glaube, die müssen wir uns auf jeden Fall auch kaufen. Denn unsere sind sehr, sehr lang. Und wenn ich das in ein kleines Glas stelle, dann schaut das halt immer sehr weit raus. Und das ist ein bisschen unpraktisch, weil der natürlich dann auch rauskippen kann. Das hat ja auch so ein gewisses Gewicht und so einen Glasstrohhalm. Genau. Und das Gute ist, dass in beiden Sets auf jeden Fall auch noch eine Reinigungsbürste dabei ist. Das finde ich auch sehr praktisch. Denn dann kann man die auch wirklich sehr schön ordentlich immer von innen reinigen. Außerdem, was ich mir auch zulegen werde, denke ich, das ist nicht nur super praktisch, wenn man vielleicht an den See fährt, ans Meer fährt oder einfach auch nur so, wenn man das Ganze mit in die Uni, in die Schule, auf die Arbeit nimmt oder wohin auch immer. Diese Frischhaltehaube hier finde ich super cool. Das kann man entweder rüberspannen über eine Glasschüssel, um einfach das, was darin sich befindet, zu verschließen, um das vielleicht auch vor Insekten zu schützen, wenn man wirklich unterwegs ist, beim Picknicken oder was auch immer. Oder halt auch, um angeschnittene Früchte, wie zum Beispiel eine Ananas, damit frisch zu halten, dass das Ganze wirklich auch frisch bleibt und nicht irgendwie antrocknet oder auch keine Tiere schnell anlockt, Biene oder was auch immer. Ja, genau. Finde ich auf jeden Fall super praktisch, gerade halt für diese Glasschädchen. Auch richtig cool und sehr, sehr praktisch fand ich diese Kühlmanschette, die es auch gibt für Flaschen. Das heißt, es ist etwas, was ihr kühlen könnt im Gefrierfach oder ich glaube, im Kühlschrank geht das dann auch ganz normal einfach. Und dann könnt ihr eure Flasche da reinstellen und wenn ihr das Ganze dann einfach mitnehmt, bleibt euer Getränk länger kühl. Einfach so eine Art Thermoskan-Effekt, aber für Glasflaschen zum Beispiel oder für jede Art Flasche, die einfach da reinpasst. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr praktisch, denn kühle Getränke sind im Sommer ja immer sehr angenehm, auch wenn man ja nicht zu kühl die Getränke trinken soll, weil einem dann ja wieder wärmer wird. Ich trinke trotzdem sehr gerne kühle Getränke im Sommer und finde das auf jeden Fall sehr praktisch. Und was ich auch immer sehr süß finde, sind Eiswürfelformen. Es gibt hier auch so eine Silikonform für Eiswürfel und ich habe zum Beispiel auch super viele Backutensilien aus Silikon. Wenn man sich das einmal anschafft, hält einem das unfassbar viele Jahre. Deswegen finde ich das einfach sehr cool. Und hier gibt es halt welche, die dann hinterher die Form von einer Zitrone haben, was auch super süß ist. Und das Coole ist ja auch, dass man zum Beispiel auch Säfte halt einfach einfrieren kann, um das dann wieder in seinen Saft reinzugeben, um das kühler zu machen. Oder auch Kaffee kann man einfrieren als Eiswürfel, um das dann in seinen Kaffee zu geben, damit er nicht verwässert. Bei einem Eiskaffee zum Beispiel finde ich auf jeden Fall sehr praktisch sowas. Und ich glaube, wenn ihr das nicht besitzt, ist das auch etwas, was sehr cool ist im Sommer, wenn man sich Eis selber machen möchte, statt immer irgendwo Eis kaufen zu gehen. Oder vielleicht achtet ihr auch darauf, nicht zu viel Zucker zu euch zu nehmen oder habt vielleicht irgendeine Allergie oder habt einfach Lust, Spaß daran, sowas selber zu machen. Dann sind diese Eisformen sehr cool, in denen man halt wirklich einfach alles Mögliche hineingeben kann, um sein Eis selbst zu machen. Wassereis, Fruchteis, Joghurt-Eis, alles Mögliche nach seinen Wünschen und Belieben, das finde ich einfach sehr, sehr praktisch. Und zum Schluss habe ich dann noch ein Kühlpad gefunden. Ich finde, das ist auch so ein Standardprodukt für den Sommer einfach. Da steht drauf, keep it cool. Das finde ich auch irgendwie ganz süß. Kann man natürlich auch für alles Mögliche nehmen, für sich selbst. Oder auch für irgendwelches Essen, was man in der Tasche hat, damit es noch länger gekühlt bleibt. Ist auf jeden Fall auch etwas sehr Praktisches für den Sommer. Dann habe ich von L'Oreal Paris eine Limited Edition gefunden, und zwar mit Ellie Saab. Ich wusste erst nicht, wer oder was das ist. Es ist tatsächlich, glaube ich, eine Brautmodenunternehmen, ein Brautmodenunternehmen, eine Designerin, ein Designerunternehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwie so in die Richtung. Ich habe nämlich nur wunderschöne Kleider gefunden, als ich danach gesucht habe, weil ich gerne wissen wollte, was das ist. Und da gibt es jetzt auf jeden Fall mit L'Oreal Paris eine Kollektion. Und es gibt Lippenstifte in unterschiedlichsten Farben. Alles so sehr im Nuding-Bereich. Also eigentlich auch das, was ich so damit verbinden würde. So ein bisschen wie mit Catrice und Caviar Gouche. Das ist ja auch immer so jedes Jahr eigentlich. Und die Farben und das, was da ausgesucht wird, passt einfach immer sehr zu diesem Natural-Beauty-Trend-Thema. Genau. Und außerdem gibt es noch eine Wimperntusche in der Limited Edition. Auch natürlich super praktisch. Nudige Lippen, schönen Wimpernaufschlag. Passt halt auch einfach perfekt zur Kollektion. Und außerdem gibt es dann auch noch Lipgloss in der Kollektion. Auch das ist natürlich etwas, was total dazu passt. So zarte Lippen zu dem ganzen Thema. Ja, ist auf jeden Fall alles in sich geschlossen. Sehr, sehr schön passend zu dem, was man da auch repräsentieren will. Das finde ich immer schön, wenn man da ein geschlossenes Konzept erkennen kann. Dann habe ich wieder von NYX Limited Editions gefunden. Und das finde ich immer so ein bisschen irreführend, weil NYX relativ häufig Sets auf den Markt wirft mit Produkten, die es schon gibt und es dann eine Limited Edition nennt. Das kommt, wie gesagt, relativ häufig vor. Deswegen verliere ich da manchmal auch den Überblick. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Sets gefunden. Nämlich einmal das Lips Never Lie Nude Set. Und enthalten sind hier einmal einer von den Butterglossen, dann einer von den festen Lippenstiften aus der Suede-Reihe. Ich weiß immer nicht genau, wie man das ausspricht. Und dann noch ein passender Lip Liner dazu. Finde ich an sich ganz cool. Es ist halt ein Pack, wo alles zueinander passt. Und gerade so als Geschenkset oder so finde ich sowas immer sehr süß. Nude Töne, da kann man halt auch wirklich selten was verkehrt machen. Ich denke, die meisten Leute, auch wenn sie Farbe mögen, mögen zusätzlich auch Nude. Und Leute, die keine Farbe mögen, mögen meistens Nude. Also passt das schon irgendwie. Nur sind es ja wieder Produkte einfach aus dem Standardsortiment in einer Extra-Packung. Also eigentlich nichts Besonderes. Und dann gibt es noch ein Set, wo ich tatsächlich alle Produkte aus diesem Set besitze, weil ich den Adventskalender von NYX von 2019 hatte. Und zwar das Lip Set Prep & Treat. Hier ist unterhalten einmal das Lip Oil, das Lip Scrub und der Lip Balm aus der This Is Everything Reihe. Ich finde alle Produkte aus dieser Reihe sehr gut. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass ich mir nur, wenn überhaupt, das Lip Oil nochmal kaufen würde. Weil 15 Euro für diese drei Produkte finde ich wirklich sehr teuer. Auch wenn sie gut sind, finde ich, sind sie nicht so gut. Also es gibt auch, glaube ich, von Essence Produkte, die in diese Richtung gehen. Oder von Catrice. Und die sind dann ja doch nochmal ein bisschen günstiger auf jeden Fall. Kommen wir jetzt wahrscheinlich aber zu der Limited Edition, weswegen die meisten von euch auf das Video geklickt haben. Ich kann es verstehen. Es geht um die Sommer Limited Edition von Essence. Und das Design von der Palette ist einfach so unfassbar süß. Es geht um die Vintage Beach Trend Edition von Essence. Die gibt es momentan noch nicht. Es wird sie von Mitte August bis Ende September geben. Wir müssen uns also da noch ein bisschen gedulden, bis wir das Ganze dann auch erwerben können. Aber ich bin froh, dass ich euch heute schon einen kleinen Sneak Pick dazu geben kann. Und zwar fangen wir dann auch direkt mit der Lidschattenpalette an. Es ist eine sehr, sehr sommerliche Lidschattenpalette, finde ich. Die Farben sind so aufgegriffen in so Sandtönen. Es ist ein tolles Koralle mit dabei, ein Rose Gold. Es ist ein Blau für das Meer dabei. Wie gesagt, so Beige-Töne, Braun-Töne. Auch sehr viel so in die Peachy-Rosé-Richtung. Alles, was so das Sommer-Feeling irgendwie aufgreift. In meinen Gedanken mit Strand, Meer, Obst, Sonne und einfach so Cocktails. Alles in diese Richtung. Und die Palette sieht von außen aus wie ein kleiner Strandkorb. Wie süß ist das bitte? Also da ist wirklich, obwohl es wieder nur eine neutrale Palette mit einem Pop-of-Color ist, finde ich passt es einfach perfekt zum Thema. Und die Aufmachung ist einfach super süß. Gefällt mir extrem gut auf jeden Fall. Als nächstes gibt es dann einen Coconut Lip Conditioner. Ich meine, Kokosnuss, ihr wissen alle, jedes zweite Produkt ist irgendwie mit Kokosnuss angereichert im Sommer. Nicht mein persönlicher Favorit. Aber tatsächlich gibt es momentan ja im Standardsortiment, aus der Hello Good Stuff Reihe ist, das glaube ich ja von Essens, dieses Kokosnuss Lip Butter Zeug. Und das benutze ich jeden Abend seit Monaten schon. Und da mag ich das auch echt ganz gerne, weil der Pflegefaktor sehr gut ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier etwas Ähnliches ist. Als nächstes Produkt der Trans Edition ist ein Baked Highlighter. Und auch der ist so super süß aufgemacht. Mit diesem ganzen Strandtuch, Strandkorb-Design von außen, woran das einfach erinnert. Ich finde es super süß, so wie er aussieht. Es wirkt so ein bisschen auch in diese peachy, warme Richtung. Ist das persönlich nichts für mich. Er wird wahrscheinlich viel zu warm und viel zu dunkel für mich sein. Aber ich bin da, glaube ich, auch nicht unbedingt immer ein Maßstab. Viele denken immer durch meine Videos, dass ich ein dunklerer Ton bin, als ich eigentlich bin. Das habe ich vor ein paar Monaten mal herausgefunden, als ich so meine Foundation- und Concealer-Farben irgendwann mal erzählt hatte. Ja, auf jeden Fall sieht das so schön aus. Und das Ganze ist auch mit Vitamin C angereichert. Dann gibt es ein Multipurpose Oil, also wieder so ein Öl, was einfach für das Gesicht ist. Kann man selbstverständlich auch für den Körper anwenden, an bestimmten Stellen, wo auch immer man das möchte. Und es soll einfach halt die Haut sehr schön pflegen, gerade wenn wir mit Sonne in Kontakt sind. Bitte, tragt immer euren Lichtschutzfaktor. Bitte, 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 bitte. Bitte. Es ist so wichtig, wirklich. Verbrennungen von der Sonne, auch Jahre später könnt ihr damit echt Probleme bekommen. Bitte, passt einfach auf. Und versorgt eure Haut zusätzlich immer noch mit ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Gerade, wenn ihr euch lange in der Sonne aufgehalten habt, trotz Lichtschutzfaktor, ist das so wichtig. Und das ist halt ein sehr schönes Produkt. Und dann geht es weiter. Es gibt einen Make-Up & Baking Sponge. Den finde ich an sich jetzt nicht so besonders, weil Make-Up Sponge gibt es, glaube ich, auch im Standardsortiment von Essence. Aber ich finde die Form von dem richtig cool. Der hat nämlich auch so eine ganz große, glatte Fläche. Und ich finde, das sieht man nämlich nicht so häufig in der Drogerie. Und wenn der jetzt auch noch schön weich ist und so weiter, er soll nämlich dafür gedacht sein, halt nicht nur Foundation einzuarbeiten, sondern halt auch Creme-Highlighter oder Blush und Creme-Bronzer, diese Geschichten. Und deswegen hat er halt auch unter anderem diese scharfe Kante, damit man mit der Weichen halt das Produkt einblenden kann und mit der Kante dann vielleicht nochmal nachkorrigieren kann, vielleicht auch mit Puderprodukten. Und das finde ich wirklich auch sehr durchdacht. Und das nächste Produkt, ich werde da nicht dran vorbeigehen können. Ich werde es nicht auf meinen Nägeln benutzen, auch wenn es Nails dicker sind, sondern ich werde mir das auf jeden Fall mindestens zweimal holen, um damit so super süße Instagram-Close-Up-Looks zu schminken. Ich liebe das ja, so artistische Sachen an meinem Auge zu schminken. Und das schreit einfach nach mir. Ich finde, das sieht so unfassbar süß aus. Das sind so Muscheln in allen möglichen Varianten. Fische, ein Sonntag, ein Seelfeld, hier ein kleiner Herzen, ein Anker. Das ist einfach so unfassbar süß. Und ich finde es auch schön, dass wieder an Nagelsachen gedacht wurde. Denn ich habe jetzt so von euch so ein bisschen durchgehört, dass viele von euch tatsächlich vermissen, dass es wieder auch besondere Nagel-Dinge in Limited Editions gibt. Ich weiß, dass es das früher mehr gab, als es mittlerweile gibt. Und deswegen freut ihr euch vielleicht auch jetzt, wenn ich euch sage, es wird auch einen Nagellack in dieser Trendedition geben. Und zwar einen aus der Shine Last & Go Gel Nail Polish Reihe. Es wird die Nummer 33 hier geben. Und der ist halt perfekt auch, um da einfach die Nagelsticker, glaube ich, richtig gut zur Geltung drauf zu bringen. Es ist so ein Weiß, ein ganz besonderes, so ein Perlmutt-Weiß. Finde ich sehr schön. Es hat auch eine tolle Farbe für den Sommer auf den Nägeln, Fußnägeln, überall. Und mit diesen goldenen Nagelstickern drauf sieht das, glaube ich, richtig schön aus. Und dann gibt es noch das letzte Produkt, was für mich persönlich nichts ist. Und ich glaube, für alle, die sehr stark geschädigt ist und gefärbtes Haar haben, ist das nicht unbedingt was. Nämlich das Sea Salt Hair Mist. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Es soll Kokosnussgeruch haben. Aber dieses... Also es soll mit hydrierenden Parthenol sein. Aber eigentlich ist sowas doch eher austrocknend für Haare. Also ich finde sowas ein bisschen schwierig. Genau. Das war jetzt also die Limited Edition von Essence, auf die ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freue. Jetzt geht es weiter mit Ardell. Und zwar gibt es von Ardell jetzt wieder neue künstliche Fingernägel. Da gibt es ja immer in regelmäßigen Abständen neue Designs. Und auch jetzt gibt es wieder Limited Edition. Und zwar einmal die Variante Cherry Red. Ein wunderschönes Kirschrot. Total toll. Dann finde ich auch sehr cool die Rainbow French Nails. Also ein ganz normales French Design, aber halt in Regenbogenfarben. Mega süß. Und das Gute ist natürlich, dass da auch immer für jede Nagelgröße so ein bisschen was dabei ist. Natürlich kann das nicht für jeden passen. Aber ich glaube, da ist immer schon eine ziemlich große Auswahl dabei. Finde ich total toll. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ganz oft sieht man ja so verschiedene künstliche Nägeldesigns immer mal wieder. Aber das finde ich schon besonders. Dann gibt es die Richtung Lovely Lavender. Und das sind halt einfach, wie der Name schon sagt, schöne lavendelfarbene Nägel. Finde ich auch schön. Laufen so ein bisschen spitzer auf jeden Fall. Und ich glaube aber, das ist mein Favorit. Das ist die Dripping in Gold Variante. Wo einfach so wunderschöner ein Ombre Verlauf mit Glitzer ist. Mit so einem durchsichtigen Nageldesign sonst. Und das finde ich auf jeden Fall richtig schön. Also ich trage keine künstlichen Fingernägel. Aber das finde ich schon sehr, sehr ansprichend. Dann habe ich noch neue Produkte von Rivaldi Look gefunden. Zwar keine Limited Edition, aber komplett neu. Die Vegan Nails. Und die sind mit 85% natürlichen Inhaltsstoffen und halt auch vegan. Und da gibt es jetzt einige richtig schöne Farben. Vor allem auch dieses ganz entsättigte Mint Grün. Finde ich wirklich wunderschön. Also vier Stück gibt es insgesamt. Und das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten bis zum nächsten Rossmann Neuheiten Video. Weil ich weiß, dass es nicht so einfach ist, immer unbedingt vegane Produkte zu bekommen. Viele Firmen haben da schon sehr viel umgestellt, aber nicht alle. Und deswegen wollte ich euch das heute sehr gerne zeigen. Außerdem gibt es von Essence auch noch eine Pride Limited Edition. Bei Essence zum Beispiel muss ich sagen, ich hatte in letzter Zeit oft darüber geredet, dass viele Marken halt immer dieses Pride und Diversity und wir stehen hinter allem und so weiter immer zum Pride Month auf den Markt spülen. Jedes einzelne Jahr. Und danach hört man nie wieder was, sieht nie über das ganze Jahr irgendeine Art von Diversity an in dieser Marke. Und bei Essence muss ich sagen, es ist eine der wenigen Marken, es gibt noch ein paar andere, wo ich das einfach nicht schlimm finde, dass halt diese Pride-Produkte auf den Markt kommen. Denn wenn man sich zum Beispiel mal die Seite von Essence anguckt oder auch von Catrice zum Beispiel, da ist immer auch Diversity, die man antreffen kann. Es werden immer auch Männer gezeigt, es werden unterschiedliche Hautfarben gezeigt, es werden unterschiedliche Haarfarben gezeigt. Auch Models, die einfach Makel haben und nicht dem perfekten Beauty-Cover-Girl oder Boy entsprechen. Und das finde ich einfach richtig, richtig cool. Bei Make-Up Revolution sieht man das zum Beispiel auch ziemlich häufig. Und das finde ich halt auch cool. Und da kann ich den Marken das halt auch einfach abnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen möchte ich euch jetzt heute noch die Love is Love Limited Edition zeigen von Essence. Da sind Face-Sticker enthalten und auch Body-Tattoos passend zu der ganzen Thematik einfach, um einfach laut, wild und wunderbar zu sein. Und das finde ich einfach immer sehr schön. Ich liebe diese Face-Sticker einfach auch von Essence. Ich habe die auch schon oft selbst benutzt. Ich habe das Ganze jetzt für euch beim Rossmann abfotografiert und euch jetzt einfach mal hier eingeblendet. Und das war es dann jetzt mit meinem Limited Edition News Video. Ich hoffe, dass ihr euch gefreut habt, dass diese Woche doch noch ein Video online kann. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!